Oh Gott. Ja, ich krieg den Affen! Jep. Nein! Wundepfeife, 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 bitte! Mono ist mit dem Spiel! Platt von Chaos. Oh. Ach so. Ach so, ein Jump'n'Run. Jep. Okay. Oh, tschüss! Tschüss. Da war mir doch schon weg. Boah, guck mal! Ey! Gott, es liegt! Leckt das richtig fies! Leckt das bei dir auf? Leckt das bei dir auf? Ja. Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Nintendo Switch Online! Erweitere, dein Spiel erlebt es. Auf jeden Fall! Boah, das hing bei mir gerade voll. Hm. Mmh, 1.FPS! ich bin ja so weggeglückt dafür verantwortlich gerade jetzt als schönes uhr einsam hast du nicht wieder lacht ich habe die ich habe die alle fertig gemacht vielleicht eigentlich 50 münzen haben damit ich dementsprechend wenn ich dann mal denke ich kann das packen dann wird geleckt ich hoffe jetzt mit stern zurück auf ich mal hatte mir nicht verlieren ja da mein stern ja ein super duell handschuh wurde eingesetzt also kommt jetzt zu einem duell also gut dann sammle ich jeweils einen stern an das erinnert mich an spongebob dieser hand stammattacken lassen die klatschhand rotieren mit springen weißt du aus wer als erstes so farge klatschwert hat das match verloren ok klatsch ok verprügeln ich will mal sagen ich habe meinen stern auf beste weiste zurück ja du hast ihn richtig verkloppt ich bin mal ich bin mal es kommt zurück so jetzt habe ich alles jetzt quitt ich bin mal Hm, nein, ich glaube auch da oben. Ach, Bomber. Jeder hatte einen Block, nur ich nicht. Ja, ich bin gleich offiziell Letzte. Das heißt, ich bin das Wort mit S. Es gibt ja noch die Bonus-Sterne. Ja, da habe ich auch so ein Glück. Boah, wer ist doch mal nach unten gegangen. Oh, das ist doch mal. Ja, guck mal, ich geh ganz weit weg. Also unnötig. Dein Zugpürt. Ja, schleudere mich mal rum. Super. Na, Börder, wie geht's? Naja, weiß ich noch nicht. Hast du nicht genug Münzen? Anscheinend nicht. Du kannst nie genug Münzen haben. Minispiel. Domino-Desaster. Ballons-Ball-Bilder. Oh, nein. Die Ballbilder merken und dann Fragen beantworten. Je flotter die Antwort, desto mehr Punkte. Fragen beantworten. Ich bin raus. Oh nein, kein Zirkus. Bitte nicht. Oh nein, es leckt. Es leckt bei mir. Dito. Wie mach ich denn jetzt hier irgendwas? Wir müssen erst zugucken. Dann kommen Fragen. Von wen? Was? Hört? Warum hast du dir einfach nachgemacht? Komm Leute, macht alles dann, was ich mache. Donkey Kong, Goomba mit Flügeln und Diddy Kong. Und Diddy Kong. Also Goomba. Also To-Dead braucht eine Brille. War das definitiv dabei. Letzte Runde. Oh, Yoshi. Nie Bier, oder? Was? Ich hab einfach mal dir nachgemacht. Yoshi ist halt eben Sieger der Herzen. Boah, ich hab erst gedacht, das wär so was anderes, wo wir selbst balancieren müssen. Guck mal, jetzt bist du nicht mein Letzter. Nächste Runde. Da kommen sie wieder. Oh, wie süß war das denn? Jetzt ist Donkey Kong weg. Komm hier, du traurig. Wow. Super. Oh Gott. Oh Gott. ich verstehe ich habe mich dazu dort verstanden ja die wenigen geben die einen weg also angemengt du hast eine gerade geht es kalt durch ihr strich hast du einen bogen zum beispiel der geht nach rechts dann geht er nach rechts jetzt bist du wieder ja ich glaube da wird phoenix sich richtig für mich freuen so der tab und herzen wird den stern nicht die bezahl doch nur zehn groschen ich habe ein queen halten wird es immer auf rabatte aus Das ist ein bisschen unfair. auch rumba lacht schon wieder und dann komme ich und ich sagte du kannst mich mal gern haben stimmen da vergesst du hast ich sollte direkt bei der nase weiß ich gar nicht das ist gut natürlich nehme ich den jetzt bist du er ist super steig ich glaube ich auch zweiter jetzt musst du glaube ich auch drei sterne haben damit sie bis zu zweit dritter jetzt bist du zweiter jay also es ist noch nicht entschieden mit der s-p-test Tut jetzt das auch frisch. Plätzchen fahren. Stich möglichst viele Plätzchen aus. Der einzige Plan muss drei Formen zugleich einsetzen. Die Chimikler sind für je ein Plätzchen zuständig. Ja, kriegen wir hin. Wenn Boomba nicht rumtröbelt. Drei, zwei, eins. Los! Du musst alle gut. Hey, du musst alle gut. Wauw. Oh, hola. Drei, mach doch! Wir haben verloren. Ja, Fenix hat einen Clip erstellt, so viel Clip brauche ich auch, der perfekte Kettenhundepfeife hat von einer Kettenhundepfeife einen Clip gemacht. Ui, Endspurt. Endspurt. Blaue Münzen gibt das Doppelte, rote Münzen genauso. Da hatten zwei oder mehr Spieler auf demselben Feld, beginnt ein Duell. Es sollte keiner aufgeben, denn ihr könnt euch alle noch verbessern. Außerdem starten wir den Endspurt mit einem besonderen Spielereignis. Welches Ereignis es wohl wird, das entscheiden wir jetzt sofort. Diesmal halte ich die Zufallswahl ab, also... Es bleibt noch Zeit, den Verlauf des Spiels massiv zu beeinflussen. Wenn du mit einem Jamboree-Partner zusammen auf einem Sternfeld landest, könnt ihr zwei Sterne halten. Das wissen wir doch schon. Und noch was. Mit den Clipsterwürfen könntest du im Trombola-Laden oder im Goldladen noch eine Goldröhre ergattern. Wissen wir doch. Ja? Ja, wissen wir doch. Hm, die Wahrscheinlichkeit mit drei zu werfen, deine zwei ist eher gering. Ja, Moin. Und was denkt Felix, wer gewinnt? Das wird er gleich wohl beantworten. Wer wird gewinnen? Phoenix. Bumba. Komm jetzt noch ne Box, bitte. Boah, jeder hatte ne Box, außer ich. Phoenix schreibt, Brutto wird das Blatt noch wenden. Oh. Er wird mir immer sympathischer. Schon was du wieder am Pilz? Ich hab's in ihr schnell bekommen nach einer Runde. Beobacht. Die ganze Runde. AhYes. Ich hab jetzt Bili o Boa! erst mal verstanden warum sich unten der bildschirm da immer ändert das ist ja die reihenfolge bier luster jetzt kannst du ja wirklich gut überholen kann man ja auch irgendwie zweimal kaufen ich habe nur mit partner hast schade dann wenn man die braucht sind die nicht mehr da vierer mini spiel ok geschickt aus der okkosche ist von der rutschige eischölle hinunter pusten versuch ja ich hab's gemerkt wie hält man sich denn kann man sich irgendwie festhalten oder so ich glaube doch du musst entgegenlaufen vom sehen her schon viel mehr als superstars das ist so schicken und schon kummer kann weg ich sagte kumba nicht ich wir sind zusammengefallen und nur weil ich ein bisschen eher war bin ich wieder letzte ja was ich muss sagen spaß auch mehr so passt das aktuell nenne ich daher alles aber nicht mehr ich und du wir wollen problem ist den sieg ab ja das kann ich mir vorstellen schickt hier treibt schickt der drei bis acht münzen maximal 24 münzen alle drei runden läuft mal der hecke wenigstens doch elli wetten sie hatte schon pech dass sie es zu bremfolge die letzte ist ja so hat das schon angefangen aber ich hatte doppelt pech ich hatte zwei mal bausache ja 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 so ganz 150 minuten wird es wahrscheinlich nicht sein wir haben schon wir haben gerade mal fast zwei stunden sind ja nur noch drei runden wer weiß wie lange sich das noch zieht was nehme ich denn jetzt ich warte jetzt erstmal ein bisschen damit die zeit voll wird was ist eine stunde du kannst dich noch nicht entscheiden ob du dich für mich freust oder eher nicht du willst nur nicht das wort mit erst sein ja du musst drücken ja ich war ließ okay ich weiß nicht mehr das ist ja richtig freundlich dachte ich krieg jetzt richtig auf das geld gekriegt aber dafür ist ein item weg und leute schnee schlacht